Herzlich Willkommen zurück zur Folge 79 müsste das sein und da basteln wir auch gleich mal weiter. Da vorne haben wir einen netten Abgrund entdeckt und da weiß ich noch gar nicht was wir da machen wollen. Bei dieser Abgrund hier unten, wenn es da jetzt ein Gast reinschießt, ist es wieder am Arsch. Deswegen haben wir ein Problem. So, wir können bloß erstmal versuchen, irgendwie... Idiot. Ich hoffe bloß, der schmettert uns nicht den Boden weg. Das ist ja nämlich äußerst ungünstig. Er sieht uns da nicht, okay. Ja, schmetzer Geschrott. Okay, das ist nämlich das Problem. Wenn er uns da einen Boden jetzt hier unter uns wegschießt, das wäre... Scheiße. Deswegen schnell hier einen Boden reinbauen, damit das nicht passiert. So, dieser Boden hier ist nämlich unkaputtbar. Also zumindest vom Gast, der kann den nicht zerstören. Hier, das andere Monster schon, aber... Äh, nicht Monster. Das andere Lebewesen. Also, praktisch ich. So, jetzt kommen wir da weg. Ähm... Ja, sch... Okay. Okay. Ich verstehe die Welt nicht. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier an dem Abgrund? Was können wir tun? Nicht viel, würde ich mal sagen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Über, da dran. Ich muss mir nochmal kurz die Lage... Wie ist die Lage? Hier, jetzt kommen wir zum Pigment von hinten. Okay, ein Garst. Hier können wir noch nicht weit fallen. Das meinte ich, mit Booten wegschießen. Okay, den da. Ah, scheiße, wir haben keine Pfeile mehr. Du Idiot. Ich bewerf dich jetzt mit einem Stein. Ah. Verdammt. Ja, gut, das wird nicht viel bringen. Oh, ja, voll weit. Ist der aber schlecht. Bam. Ich will ja nicht so viel verschwenden. Das sind ja wertvolle Steine. Aber ich hab ein bisschen Schiss. Was das jetzt gebracht hat, weiß ich auch nicht. Bloß hier vorne fühle ich mich jetzt ein bisschen verletzlich. Ähm. Ich hab keinen Bock, da jetzt runter zu fliegen. Und wenn ich runter fliege, dann raste ich aus. Wenn so ein scheiß Vieh auf mich schießt, dann auch. Ohne Vorwarnung. Das sagt man wenigstens. Achtung Kugel oder so. Aber sowas ist nicht in Ordnung. Einfach so trauflos ballern. Triffst sowieso nicht. Hä? Von unten? Ja, baller doch hier ruhig rum. Bam. Abgewehrt. Was können wir tun? Nicht viel. Also ich baue hier glaube ich erst weiter. Wenn... Weiß ich nicht. Auf Peaceful oder so. Auf so einem Creative oder keine Ahnung. Wenn ich einen Fly-Mod habe oder... Keine Ahnung. Ansonsten traue ich mich hier nicht weiterzubauen. So. Äh. Komm. Das. So. Da oben können wir noch weiterbauen. Der kommt noch weg. So. Jetzt müsste ich mich hier lang krangeln. Und sobald ich von der Taste runter bin. Bin ich sowas von tot. So runter. Ich traue mich irgendwie nicht. Irgendwie so. Das Bissen. Oder Befürchten. Durch gleich eine Abballer. Mit solchen Mega-Lacks ist das noch schöner. Und so weiter. So. Weiter traue ich mich nicht. Eins. Ach. Du wirst ja Shift bleiben. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Da hinten wollte ich mein Portal irgendwo reinbasteln. Aber. Äh. Ich weiß nicht ob das so die beste Idee ist. Theoretisch müsste ich jetzt so. Ist über mir was. Ne. Aber sicher ist was anderes. Wenn ich jetzt nämlich so ein scheiß Vieh abschieße. Jetzt so ein scheiß Vieh. Jetzt so ein scheiß Vieh. Jetzt so ein scheiß Vieh. Was sieht's aus? Okay. Ich muss den Weg breit bauen. Das ist wichtig. Wie das hier nicht so schnell einer runterschubsen kann. Mal. Da seh ich mir nix wie. Okay. Jetzt haben wir uns schonmal ein bisschen vorgearbeitet. Hm. Ah. Wenn ich jetzt da runter falle, dann ist alles wieder meine ganze XP weg. Aber anderscribed man kann immer sterben. ... egal ob man hier ist oder nicht. Hier ist bloß der Risiko hier zum Beispiel. So, jetzt muss ich hier erstmal so ein kleines Geländer dran bauen. ... damit man hier nicht sofort runterfließen kann. So fühle ich mich schon etwas sicher. Aber noch nicht so sicher, dass ich... ... drunter warten werde. Wir können uns hier nur Schritt für Schritt ran warten. Anders geht das gerade schon. Jetzt kann man schon mal die Decke rausbauen. Nein. Oh, es gehört da nicht hin. Aber was können wir tun? Ich meine, wenn wir jetzt runterfallen. Wenn wir jetzt runterfallen. Ich... Ich kann es mir nie wieder verzeihen, da runtergefallen. Aber... Sieht es gerade... Ich höre so ein scheiß Gas die ganze Zeit. Wenn der uns auch sieht. Okay, wir sind langsam über die Lava hinaus. Okay, noch sieht es gut aus. Noch? Okay, ich gehe mal zurück. Ganz langsam, aber sicher. Weil weiter geht es wirklich nicht. Äh... Unsere Pflastersteine sind auch gleich. Oh. Schieß! Ich wusste es. Wir können nicht mehr sprinten. Das ist noch dümmer. Okay. Jetzt setzt jetzt noch so ein... Scheiß Gas. Und... Du triffst dich, oder? Okay. Ah. Bloß immer die Blöcke. Ah. Lalalalalalalala. Huhuhu. Okay, fast dahin. Und das geht. Ich wusste es einfach nur. Verdammt. Scheiße. Von wo? Von wo? Von wo? Okay. Ist doch alles in Ordnung. Nichts in Ordnung. Verdammt. Das Ding... Ja. Du bist lebensbedrohlich. Wenn der direkt vor uns ist. Wir sind sowas von tot. Okay. Okay. Jetzt erstmal die Decke. Momentan sieht es noch alles in Ordnung aus. Wir sind ja schon mal ein Stückchen weiter gekommen. Aber ich habe immer noch keine Lust zu sterben. Bitte nicht. Bitte geh nicht drauf. Bitte. Aber für uns ist das natürlich gebraucht kein Problem. Voll easy. Aber... Wo ist der Gast? Wo ist der Gast? Das muss ich wissen. Ich habe schon fast die falsche Tastung drin. Gott. Leute. Btwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtw. Der spawns einfach so vor mir. Du Arschgesicht. Ich könnte einfach so spawnen. Lass mich bloß in Ruhe mit deinen Scheißkugeln. Schieß doch, schieß doch. Ja. Schön, dass du mir jetzt so Feuer machst, aber ist echt nicht nötig. Ist ja nett von dir, aber nicht nötig. Schieß mich nicht ab, schieß mich nicht ab. Also vorhin unter... Ach, ich geh jetzt zurück. Mir rechts. Mir rechts mit solchen Idioten. Leider kann ich manchmal sprinten. Da vorne sind auch noch Pigments. Na toll. Oder zumindest einer. Ah. Okay. Die sind alle böse auf mich. Ah. Lässt du mich in Ruhe? Ah, ich muss dich töten, oder? Komm mit, komm mit. Okay. Danke. Danke, dass du mich am Leben gelassen hast. Danke, danke. Danke, dass du mich am Leben gelassen hast. So. Das war nämlich wieder eine aufregende, nette Tour. Und wir auch wieder zurück müssen. So. Schon wieder viel zu aufregend gewesen alles. Viel zu aufregend. So. Hier. Wir müssen uns mal so einen ganzen Stack grillen, glaube ich. Ansonsten wird das nichts. Und da ist die Folge auch schon wieder rum. Aber ich schaff das jetzt noch in den Grill, glaube ich. Äh, Cola. Nicht so. Ich nehme mal zu viel mit. Żeb. So. Die Folge ist zu Ende. Und in der nächsten Folge rüsten wir uns wieder ein bisschen aus. Und ich mache da auch mal ein Aufnahmestop. Stop & go. So, da füllen wir mal die Öfen wieder nach. Mit ein bisschen Kohle. So. Hat perfekt gepasst. Und da sag ich mal Tschüss bis zur nächsten Folge. Und Tchau. Vielen Dank.